Hey Leute, was geht? Ich bin heute unterwegs mit Feng! Für alle, die nicht kennen, Feng ist K-Pop-Dancer, sehr erfolgreich. Und wir hatten heute die glorreiche Idee, uns gegenseitig ein Fashion-Makeover zu geben. Wir gehen jetzt in einen Klamottenladen und werden uns gegenseitig Outfits aussuchen. Let's go! Ich bin jetzt gerade in der Männerabteilung und ich überlege, was ich ihm aussuche. Ich denke irgendwas, was er sich sonst nicht trauen würde. Am Ende dieses Videos könnt ihr sehen, was er mir ausgesucht hat. Und wenn ihr sehen wollt, was ich ihm ausgesucht habe, geht auf seinen Channel. Link unten in der Infobox. Die Mütze nehmen wir schon mal mit. Okay, was könnte dazu passen? Ich glaube, ich habe da hinten vorhin schon was gesehen. Moment. Hier Leute. Ich finde, das hier wäre eine gute Idee. Was haltet ihr davon? Die Hosen können alle irgendwie ein bisschen groß für ihn sein. Ich weiß nicht, die sind alle super lang. Okay, egal. Jetzt habe ich drei Teile für das erste Outfit. Die viel zu große Latzhose. Das Equality-Shirt in pink. Und eine pinke Bütze. Wow! Er wird sich freuen. Jetzt brauchen wir noch ein zweites Outfit. Jetzt brauche ich nur noch was, was zu dieser blauen Jacke passt. Ja, nicht so leicht. Okay, ich glaube, ich habe beide Outfits zusammen. Das sieht gut aus. Sehr schön. Die nächste Style. Die ist so gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, ist so gut! Ich habe auch eine Frage. Wirklich? Ich habe die Fashion gesagt. Ich habe das Modulabel bekommen. Nummer 1! Ja, die ist so gut aus. Nice. Das ist süß. Scheiße, das ist falsch. Soll es auskippt? Gut. Ich würde es mir kaufen. Okay, wir sind jetzt fertig und wir suchen gerade noch was zu essen. Schweinekalt. Mega kalt. Immer's kalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe auch die Outfits haben euch gefallen. Wir haben dir die Outfits gefallen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen da lassen. Und abonnieren nicht vergessen für mehr. Beschreibung. Genau. In der Videobeschreibung findet ihr alle Channels von Feng, Instagram, YouTube. Alles. Alles findet ihr. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Tschüss. T ним Bis zum nächsten Mal.